einen wunderschönen guten tag leute willkommen im neuen video heute ist unser kameramann der luka guten morgen ist heute auch unser fotograf um uns herum schwirren gerade noch leute die sind alle heute mit dabei die sind so ein bisschen kamerascheu aber überhaupt kein problem wer nicht kamerascheu ist hier der chris einen wunderschönen guten morgen so und chris wird heute das project one fahren wir werden heute zur hs motorsport fahren und wir werden heute denen ein paar fahrzeuge liefern die wir heute zur erprobung hinstellen und ich weiß selber gar nicht so was wirklich passiert was wir wissen der innenraum der fahrzeuge wird ausgemessen dafür werden sitzschienen gebaut und dann kommen eventuell spannende sitze in manche projekte so freunde und wir haben noch ein mädchen mit am start die sasja freut mich wirklich sehr dass du mit dabei bist ja sehr schön und im prinzip ist es so eine kleine ausfahr für uns jetzt ja aber im prinzip ist das wichtigste dass wir auch so ein modell da haben denn dieses benötigen wir auch dann für die erprobung bei hs motorsport let's go so Untertitelung des ZDF, 2020 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 gleich ausgetrocknet sind, weil ihr habt ja gesehen, das Zeug, was da reingesprüht worden ist, wie heißt das nochmal? Keine Ahnung. Okay, genau das. Das trocknet jetzt und sobald das alles raus ist, ja, fahren wir weiter. Und wir werden noch mit dem Dani kurz quatschen, wie weit jetzt das Produkt dann oder wie lange der Dani dann für das Produkt raubt und dann würde ich sagen, gehen wir zu Teil 2. Dann ist der Pass fertig, ne? Ja. Gut, hat mich auf jeden Fall erstmal sehr gefreut, wenn ihr den sahen. Mich auch, danke schön. Und jetzt die spannende Frage, was passiert jetzt als nächstes? Ja, wir benutzen die Scandaten, die werden wir jetzt erstmal verarbeiten und dann gehen wir über damit ins CAD-Programm. Da wird quasi die Bodengruppe einmal in das CAD-Programm geladen mit den verschiedenen Sitzvariationen, um da einfach zu gucken, okay, wie ist der Bauraum und so, dass wir mittig mit dem Sitz vorm Lenkrad sitzen und daraufhin können wir dann die Konsolen aufbauen. Mhm, cool. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Teil. Ja. Dankeschön. Auf. 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 Auf.